Die Vermessung der Zeit mit Technik aus Wien. In nur zwei Jahren entwickelte sich Crystalline Mirror Solutions zu einem der weltweit führenden Hersteller von Hochpräzisionsoptik für Lasersysteme. Die Produkte der Crystalline Mirror Solutions GmbH, kurz CMS, finden ihren Einsatz beim Bau von Lasern zur Messung von Zeit und Raum in der physikalischen Grundlagenforschung, in Satellitensystemen und in der Breitbandkommunikation. CMS entwickeln ihre Produkte seit 2015 im Technologiezentrum Aspan IQ in der Seestadt.